Wer bist denn du? Die kenn ich ja gar nicht. Und du möchtest am Heilmärkten, dass bei mir fängst du? Ja glaubt dem du, ich lass ihn nicht noch rein. Nein, da geht nix. Du bist ja schon so unbeholfen auf der Lorte. Mit dir ist bestimmt nix los. Hau noch gleich wieder ab. Oder soll ich den Bauern mein Ochsenzimmer holen? Ach, ich glaub ich brauch ihn ja gar nicht. Ich hab ja selber ein Mittel. Um solch ein Lortresort werden wir hier. Ja, warte. Sofiehle, siehst du sofiehle? Nein.